So, falls ich es nicht mitgekriegt habe, gestern hat ja ein Attentäter die Grenze überwunden. Leider. Ich weiß nicht, ob das mein Fehler war. Ich weiß nicht, ob der einfach verdammt gut war. Ich habe keine Ahnung, ob ich es falsch gemacht habe. Auf jeden Fall, ja, der hat die Grenze überwunden und das Ministerium für Grenzschutz hat jetzt einen neuen Direktor. Der wird anscheinend etwas härter durchgreifen. Ich glaube, jetzt habe ich noch mehr Wachen und Security. Vielleicht kriege ich sogar eine Dienstwaffe. Das wäre natürlich mal Badass. Ähm, Inspektor, der neue Direktor ist der Auffassung, dass Ausländer bislang noch nicht ausreichend überprüft wurden. Scheiße, ja. Aber heute müssen alle einreisewilligen Ausländer einen Anhang A-Identität mit Gewicht, Größe und Erscheinungsbild vorlegen. Ach, die Dinger. Ich erinnere mich noch ganz dünn an die. Die sind praktisch, weil so, wenn die Leute irgendwas dabei haben und dann das Gewicht nicht übereinstimmt, weiß ich das. Das wird ein paar Bombenanschläge verhindern, glaube ich. Äh, das Dokumente... Äh, das Kapitel Dokumente ihrer Vorschriften wurde aktualisiert. Es lebe Astotzka. Äh, nochmal irgendwie nachgucken. Ausweis Anhang. Ja, okay. Das kriege ich ja. Den Scheiß erstmal wieder weglegen. Na dann. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. So. Auf der Durchreise. Zwei Tage. Stimmt. Nichts abgelaufen. Stimmt auch. Mal sehen. Dunkle Haare. Äh. Bis zum 17.12. gültig. Stimmt auch. Gewicht und Größe stimmen auch. Okay. Machen Sie keinen Ärger. Mal sehen. Äh, Transit. Einige Tage. Stimmt schon mal. Stimmt auch. Stimmt auch. Noch den Anhang. Ein bisschen zu klein auf dem Ding hier, oder? Bitte lassen Sie mich durch. Wenn wir sehen. Ob sie durchdrehen. Aha. Darüber weiß ich nichts. Tja. Geheimpolizei for the win. Läuft doch. Hey, Kumpel. Morgen. Und was mit dem Rest? Du schuldest mir noch was von letzter Woche. Ich meine, da hatte ich elf Leute eingebuchtet. Da müsste ich eigentlich... Wie viel müsste ich da kriegen? Ich habe 25 Credits. Und der hat mir fünf gegeben. Der schuldet mir noch was. Äh. 90 Tage. Stimmt. Und das Dokument ist abgelaufen. Hau ab. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Einwandern... Oh, das ist schon mal falsch. Es gibt kein Zonkaido in Kolegien. Das liegt woanders. Ihr könnt mich nicht verarschen. Zumindest gerade nicht. Das gibt einen netten Bonus. Jetzt diese mickrigen fünf. Alter, wo ist der Ausweis? Ist mir egal, wo du den Pass verloren hast. Hier. Oh, ein Wimpel. Astotzka-Arsbomben. Gut. Oh, ein Ingenieur. Mal sehen. Ah, das ist immer ein Haufen Papierkram. Mit den Arbeitsberechtigungen. Wie lange wollte er? Ein Jahr. Okay, das ist in Ordnung. Oh. Das ist gar nicht in Ordnung. Wie lange willst du hierbleiben? Sechs Monate. Na bitte. Das kommt doch schon eher hin. Das scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, ich nehme schon mal eine Karte. Gewicht ist in Ordnung. Größe ist in Ordnung. Kurze Locken. Sind das kurze Locken? Okay. Und... Wow, fast abgelaufen. Aber nur fast. Dann ist alles in Ordnung. Nehmen wir den ganzen Kram mit. Und... Mach dich ja. Kein Ticket. Ach, meine Nerven. Äh, Landy... Es gibt ein Landyformer-Distrikt. Hab ich ja nie was von gehört. Oh ja. Anscheinend. Äh... 182. Kommt hin. Ostkristin. Alles in Ordnung. Willkommen zurück. Klotzt mal ran. Naja, aber ich mein, es ist ein Uhr und ich hab schon neun Leute. Das ist gut. Transit... Für 14 Tage. Das stimmt. Diese Ausweis-Einhang ist doch total für den Arsch. Was soll denn das heißen? Hab ich grad Arsch-Trotz-Kaner genannt? Dieser kleiner Wichse. Nein. Nein, nein. Hab ich ja gar nicht gesagt. Kinbert. Ist das ein Kinbert? Äh, das ist ein Kinbert. 176. Äh... Und das ist gültig. Gut. Scheint erst in Ordnung zu sein. Äh, verpiss dich. Was für ne Arsch. So. Besuch für zwei Monate. Das stimmt. Äh, das ist noch gültig. Das ist in Ordnung. Stimmt. Stimmt. Und stimmt alles. Super. Glaube ich. Außer natürlich, ich hab was in der Seine. Dann wär's weniger super. Mann, ich glaub, ich krieg heute ordentlich Leute durch. Wenn ich Glück hab. Äh, zieht ihr her. Stimmt. 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 Stimmt auch. Stimmt auch. Stimmt auch. Und auch nicht abgelaufen. Gut. Alles in Ordnung. Und tschüss. Die Ausweise sind immer richtig schön einfach. Und die Namen hier, meine Fresse. Ach, und das Gewicht ist schon wieder falsch. Warum versuchen die alle irgendeinen Scheiß hier reinzuschmuggeln? Das geht mal langsam echt auf den Keks. So. Halten sie ihre Papiere bereit. Ganz genau, das sollten sie. Äh, der Rest ist in Ordnung, oder? Ja. Okay. Und die hat ne Bombe dabei. Ja. Subtil. Verdammte Terroristen. Es war ein Fehler, dass sie hierher gekommen sind. Das können sie sehen? Ja, das kann ich sehen. Bitch. Verdammte Terroristen. Halten nur den Verkehr auf. Dadurch, dass es jetzt so lange dauert mit den ganzen Papieren. Oh. Dadurch, dass es mir den ganzen Papieren jetzt so lange dauert, konnte ich nur weniger Leute abfertigen. Schade. Ah, ich hasse dieses Geräusch. Das ist gleich wie mein Wecker. Ich kann's nicht mehr hören. Immer diese Elektro-Uhr hier drin. Ähm. Ist der Rest in Ordnung? Ah, okay. Das scheint alles in Ordnung zu sein. Willkommen und so weiter. Viel Glück. Bla bla. Kein Ticket? Ach, kein Ticket. Kann ich aber noch umziehen? Ah, nein. Stechung. Schön. Und die Ersparnis bessert sich oft. Das ist auch gut. Schön. Na dann, wir sehen uns im nächsten Part.